herzlich willkommen zu die siedler online wir haben jetzt hier ein schön großes tal wo wieder auch gleich mal was bauen werden zumindest muss ich mich jetzt erst mal wieder erst mal was ich würde sagen eine holzhütte das passt es ist halt ein ausführliches spiel wo es dann auch viele let's plays geben wird gehe ich davon aus aber jetzt müssen wir erst mal hier uns aufbauen ich würde sagen weil viel holz brauchen kommt hier auch mal noch eine hütte hin so passt erst mal was haben wir denn hier schönes oben ja das ist große fläche da fangen sie glaube ich schon an hier ein quest habe ich abschossen das gefällt mir ziemlich gut jetzt können wir die bretter auch bearbeiten könnte man das hin machen eigentlich weit davor da kommt ein bergbau hin und so machen wir es erst mal gut wieder ein quest abgeschlossen ja hier muss ich hin am besten in der russischen willkommen kann man auch eine straße bauen Und das will ich auch ein bisschen verlegen jetzt. Was hab ich gemacht? Achso, Hütte ist halt ich. So. Naja, pass erstmal. Jetzt schauen wir uns erstmal den Fest an. Oh, ich hab 10 neue Leute bekommen. Gut, 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 gut. Kann man auch gut gebrauchen. Ja. Haben wir noch was? Ja. Schwarzmarkt. Nee. Oh, ich hab 95 Diamanten. Was gut ist. Ja. 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 Und nochmal eine Straße hin. Von hier. Upsala. So. Jawoll. Jawoll. Pass erstmal. Dann machen wir das mal keine Straße. Das wär zu gut. Ja. Da fehlt ja noch ein bisschen. Oder? Gott, ist es so. Ach, ist ja auch. Oder? Ups. Ja. Was? Oh. Du blingerts. Komm, kommen noch Leute. Ja. Ja. Okay. Was kann man machen? Was kann man machen? Was kann man machen? Was kann man machen? Jetzt warten wir es erstmal mal ein bisschen ab. Hier muss irgendwas, glaub ich? Gut. Oder auch nicht gut. Ich muss erstmal aufgucken. Was ich machen muss? Öffne das Shopfenster. Kaufe folgende Gegenstand. Lamp. Lamp. Okay. Achso. Die müssen wir kaufen. Okay. Ja. Und jetzt. So. Jetzt haben wir es gekauft. Okay. Äh. Äh. So. Dann müssen wir das jetzt auch erledigt haben. Perfekt. Ops. Jetzt habe ich das nicht mehr gelesen. Schließe die Quest. Äh. Ups. Schließt Quest erstes Gebäude ab. Schließt die Quest baut eine Sägemühle. Uh. Was ist eine Sägemühle? Wo ist denn die Sägemühle? Wo ist denn die Sägemühle? Ja. 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 Hm. Ups. Da haben wir ja noch eine Aufgabe. Hm. Okay. Damit komme ich noch nicht ganz klar. Okay. Jetzt habe ich zumindest, äh, äh, ein bisschen mehr Marmor. Okay. Wandelrat ist so eine Ma- Okay. Und wieder was abgeschlossen. Gefällt mir zumindest. Der Start zumindest. Yay. Endlich können wir mal was machen. So. Wo ist viel Holz. Ups. Hier schon ziemlich viel Holz, aber ich brauch's. Hm. Ich weiß nicht genau, wo ich's hin mache. Machen wir's. Hier? Nee. Hier ins Eck rein. So. Passt das schon. Ja. Natürlich wieder eine Straße hin. Ups. Ja. Straße wollte ich machen. Straße. Straße. So. Ja, 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 ja. Ist ja auf dem Weg. Ist ja auch bald auf dem Weg. Oh. Das ist eine. Okay. Schließ-Quest. Auf. Stockung. Ab. Was haben wir's hier neues? Ja. Hier schon. Das ist noch eins. Guck mal da schon. Ja. 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 Das ist noch eins. Ja. Oh, wir haben jetzt eine goldene Bank. Cool. 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 Okay. Fällt mir. Gefällt mir. Oh. Aha. Okay. Achso. Jawoll. Abholen natürlich. Da braucht's noch ein bisschen. Und da holen wir auch mal wieder die Belohnung ab. Ja. Immerhin haben wir was freigeschaltet. Und wir haben was freigeschaltet. was jubelICH hat.